Herzlich Willkommen. Nach einem Jahr Schwarz-Gelb gibt es wahrlich nichts zu feiern. Markenzeichen dieser Bundesregierung sind Streit und eine unverschämte Klientelpolitik. Die Wirtschaft braucht nur zu drohen, damit die Regierung nach ihrer Pfeife tanzt. Es begann mit der ermäßigten Mehrwertsteuer für das Hotelgewerbe. Banken dürfen weiter mit geliehenem Geld zocken, Millionen Boni zahlen und ganze Staaten aus dem Gleichgewicht bringen. Die Pharmaindustrie schrieb gleich selbst an der Gesundheitsreform mit und lässt sich ihre Extraprofite garantieren. Die verlängerten Laufzeiten für Atomkraftwerke bescheren den Konzernen zusätzliche Milliardengewinne. Das jüngste Geschenk dieser Regierung sind 500 Millionen Euro Ökosteuer, die der Großindustrie erlassen und dafür als Tabaksteuer wieder einkassiert werden. Übertroffen wird all das nur vom sogenannten Sparpaket, das bei sozialen Leistungen in den nächsten Jahren 30 Milliarden Euro kürzen will. Unter Schwarz-Gelb geht also die Umverteilung von unten nach oben in großem Maßstab weiter. Dagegen macht die Linke mobil. Wogegen die Linke ist, weiß inzwischen jeder gegen Hartz IV, gegen die Rente ab 67 und gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Wir sagen Nein zu Röslers Kopfprämie, zu Dumpinglöhnen und Steuergeschenken für Reich- und Großbanken. Alternativen zu Schwarz-Gelb entstehen aber eben nicht im stillen Kämmerlein, sondern in einer lebendigen Debatte mit Gewerkschaft, mit Verbänden, mit Initiativen, auch mit der SPD und den Grünen. Auf vielen Gebieten brauchen wir und brauchen wir vielleicht mehr zukunfts- und mehrheitsfähige Konzepte. Bei der Rente, bei Löhnen und einer menschenwürdigen Grundsicherung in der Gesundheitspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik. Die Bundestagsfraktion, die Linke, wird dazu in den nächsten Wochen und Monaten die Ärmel aufkrempeln. Und wenn Sie sich für die Ergebnisse unserer Arbeit interessieren, dann schauen Sie doch einfach wieder mal auf unsere Website.